wir sind wieder da es ist soweit grand finals time barry 3 gegen hessen 1 ja die haben sich beide schon mal begegnet wie du schon vorher gesagt hat dass beide bleiben tatsächlich in deren aufstellung gefühlt aber bei den votings waren ganz außerglichen 12 für hessen 9 für baden-württemberg die die gestimmt haben 3100 gegen 3500 punkte bbc hessen muss zweimal gewinnen zweimal best-of-sieben damit sie die meisterschaft gewinnen das heißt meisterschaft ist von dem turniersieg sagen wir mal so rum und sich als bestes bundesland zu krönen da wir da die mination spielen die abstimmung zählt nur für das erste match bei der welt weil es ein zweites geben wird noch mal abgestimmt ob es geht aber wir sehen dass wir diese wunder wunder wunderschönen maps wofür man schon wieder manche leute an den galgen hängen könnte keine ahnung wer hat das denn bitte ausgewählt ich nicht ich hab's nicht eingeladen erst mal gehen wir auf eine shopping tour in cdcr markt auf unserem turnkommando keine ahnung bis er einkaufen gehen nehmt genügend klopapier mit genügend einkaufswagen mitnehmen mit ob alles damit ihr auch geben könnt anyway here we go grandfinals best of seven let's go und ich sag sag mal von anfang für kontext kenepa nennen wir kenetsu ist das eigentlich der name und gebe hindert hahaha nennen wir schoko auch als trump horrorsieger bekannt yes und auf jeden fall schon mal ja ein relativ verhaltenes anfangen wie gewohnt allerdings ja jetzt mit hessen direkt die erste opfergabe zu zu geben zu fisch gewinnt hier kennenzus spiel 2 slasher kennenzus spiel 2 interesting aber anyway jetzt hessen kriegt jetzt ein bisschen kontor zurück allerdings jetzt kommt noch mal die booyabomb rein von bar allgemein jetzt sehr viel sehr viel macht jetzt gerade hier nochmal den nächsten push zu machen kerney kriegt zwei assists durch armor kriegt den kill durch bomb und das ist der weib kann man guter erstattet hier für baden-württemberg frage ist halt wie sie diesen verwerten wolf kriegt jetzt schon mal direkt in snipe äh sagt schon mal hallo klopft auch noch mal bei tixi an äh mit dem selben klantag uuuu schöner dropshots hier von äh von master kriegt er zumindest den trade jedoch mit einem guten wipe hier gerade hier äh für kerni kann eigentlich ohne tun das ist von der letzte checkpoint kerni muss punkte holen ist aber alleine gegen vier aber du hast gerade angesprochen wolf tixi selber klantag selbes team also auch wieder teammates hier gegeneinander ja deswegen hatte ich äh einen kurzen brainfreeze gehabt und sonst keine doppelungen nö nö noch nicht oh schoko wird hier getradet hier von master und das ist auf jeden fall schon mal kennenzulernen ein bisschen last hier beziehungsweise first up wird hier gepickt von tixi und das gibt jetzt natürlich hat die Abo verschwendet na lucky da kann man nicht erst mal der push keine ahnung hessen ist natürlich noch ein bisschen verhalten tüfer ich kriegte gerade so riesen panisch hier gerade äh auf wolf natürlich das klassische wolf ritual da rennt der wolf einfach mal in hessen rum in den wäldern das würden wir nicht so gern sehen das stimmt zumindest die heißen wollen sie nicht so gern sehen sagen wir mal so rum aber ich muss ganz ehrlich sagen generell hat Bavu halt ultimativ viel Kontroll die haben sieben punkte down und die wollen natürlich die wollen natürlich die gehen natürlich auf den Gale die ruhen sich da nicht aus oh das ist Kenneth zu ultra weak hat fast gegen master weißen müssen oh das ist jetzt oh das wurde mega panisch hier von wolf und das ist zumindest jetzt der erste punkt für Bavu schon mal der erste punkt getan für Bavu war schon relativ relativ schnell muss ich ganz ehrlich sagen ja schneller start muss nicht zwingend heißen wir haben ja noch genügend webs übrig apparaten gläufig auf cam schützenfisch zum beispiel wo es auch anders ausgehen könnte beide teams wie gesagt keine backliner wir wissen zwar dass schoku so chris auf backline wechseln kann mit dem sniper das haben wir im winner bucket gesehen auf einer map das war glaube ich schon auf kofferfisch haben wir war das nicht NRW ne schoku war das NRW hat ja einen backliner gegen den joker aber ich werde mich erinnert zu haben dass wir ja nur einmal Rainmaker keinem triggerfisch gesehen haben und das war ein quick nein 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 ich meine gerade TC Wall-A mit dem sniper ach so ach so ach so ich dachte schon mal schauen weil Elita spielt halt eher meint Andro das ist aber ein Aufruf hier für schoku ja beide wenn er nicht abgedrückt hat oh Gott dann sehen wir glaube ich ne Elita da hat er aber abgedrückt dann wieder weg ja ich glaube das naja überlegt es ja muss aber schnell machen 15 Sekunden noch so jetzt geht es weiter jetzt geht es weiter Babui momentan mit 1 zu 0 anführen eines von vieren die sie brauchen rapid bro unten ist sniper von Tixi what also nur 2 wenn sie jetzt direkt den Webber aufpicken könnt ihr in der Mitte durchpushen das dauert zu lang das dauert zu lang ja das Ding ist halt Mitte ist doch schon relativ umkämpft wegen der Webber vor also die macht eigentlich die machen eigentlich auch eine relativ gute Arbeit hier gerade das ganze zu stallen und das ist jetzt allgemein hier Kennetsu hier mit der mit der Sloshin macht die auch eine wunderschöne Arbeit das sind jetzt 2 hier auf der Seite Wolf geht hier komplett auf die linke Seite die hier komplett unbesetzt ist von beiden Parteien Tixi kriegt ihr diesen wunderschönen pixel-perfect-kill hier um die Wand oh und da rennt Master eine Bombe rein tja nur mal kurz eine Anscheinung dazu kommen hätte man hätte jetzt einfach der Capro den Rapid gepusht und den allein zurückgetränkt wäre das ein immens cooler Push gewesen für Hessen hier auf die Mittellane weil die sich aufgeteilt haben mit 2-2 was du eigentlich den Mainmaker nicht machst halt es wegfeiern kann ich kenne ihm den nächsten Bombenkill und jetzt hat Baden-Württemberg erst einmal die Kontrolle yep und Baden-Württemberg pusht jetzt immenser rein jetzt Schoko wird hier gepickt von Tixi wow muss jetzt natürlich auch aufpassen Wolf überlebt die ganze Geschichte noch ganz knapp kannst du push mal zum Goal dazwischen macht mal eine Sightseeing-Tour ja inspiziert erstmal die Base wird selbstverständlich begrüßt hier vom Begrüßungskomitee von Hessen oh jetzt gibt's Flashdown wurde nicht in Neid hier gerade noch rechtzeitig hier gezündet hier Wolf geht weiter und wird jetzt gepickt aber das sind schon mal 25 Punkte das war aber es ist Mainmaker ja das stimmt auch den Vorteil den Mainmaker den jetzt heißen Hardmaster er spielt Elastic Effort wer hat jetzt erstmal 3 Minuten lang seinen kompletten Effekt und das 90 AP-Punkte kombiniert also 9 Mains das ist nicht wenig 9 Mains ja 3 mal für alles 90 AP insgesamt äh was hat denn eigentlich alles ich spiel das Spiel nicht ähm du spielst das Spiel nicht das ist schon mal schlecht ähm Ink-Management Bomben-Management also Hauptwaffe Minus also weniger hinfach auf die Hauptwaffe weniger als hinverbraucht für die Bomben und schneller Inka-Regeneration und beim vollen Effekt ist es 3 Mains also 30 AP-Punkte für alles also für jeden Effekt 30 AP-Punkte nicht gut nicht gut nicht gut ohhhh nein ein hoho das ist kann das jemand klippen ei unlucky hier und das ist der nächste down auch as well schon wieder baden-württemberg verlieren ihre map-kontrollen bis sie das connect sie dürfen nicht spielen sie haben kein anrecht drauf dürfen 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 sie dürfen ob es lieber hätten sagt ja aber an dem kann anrecht drauf ich glaube das war es muss nichts heißen 25 ein extrem guter pushers kann man auf camp tricker fisch immens gut halten aber es wird macht natürlich die aufgabe baden würden wirklich deutlich schwerer die bläse kriegt ihr zumindest doch mal den trade hier gegen und jetzt kommt wieder die gegen push es ist halt kein tricker fisch du musst eigentlich über behalte das letzte laufen wir haben ein rapid der kann das immens gut rausnehmen die wir hatten wohl die handel fizzy bomb of ok machine die beide grad flanken geht was im mensch sogar backfeiert ja ja die wird sogar gepägt und das gibt jetzt sehen was macht die web und die gerade ultimativ unter beschuss genommen kriegt zumindest jetzt die trainmaker macht erst hinter den kenny ist top muss jetzt stoppen jetzt kommt ja zu verstehen mit einem wichtigen booyabomb hier gerade wird wieder draußen und der wappet muss das jetzt erhalten ist es reicht ein trade das ist der wahl ist hauen das ist der weib ich habe sogar back was der moonwalk ok den habe ich tatsächlich nie benutzen der ist sogar besser weil er hatte ich weil mir gar nicht zurückstoßt der moonwalk hier von hessen rettet sich erstmal hier ins sehr wahrscheinliche 1 1 also wenn sie das wieder drehen dann props an baden bürttemberg kennenzulernen schoko da komplett alleine kenne ist auf der anderen seite und die zeit wird wahrscheinlich auslaufen oder fixie pick den an lucky wegen dem disconnect ja aber schön mal zu sehen dass wir die moonwalk technik gesehen haben werden wir doch gar nicht uns schieben alles das ist auch 500 eq sind für den kontext leute die nicht so erfahren sind wenn man den maker abfeuert egal ob full geladen oder nur kurz angetippt kriegt man einen rückstoß und es ist technik die gesehen so theoretisch sind ist es schneller wenn man sich auf flächen wo man läuft ist es schneller wenn man sich umdreht und sich rück zurück boostet die gesamte zeit was zum beispiel bei kem trick auf der kem schützen für starfall ist auf diesen netzen oder zum beispiel bei schellendorf auf dem glas oben also trotzdem sehr intens es hat war halt ein bisschen und unlucky dass da schoko da unglücklich gestorben ist und tixi halt freie bahn gegeben hat die hätten das wirklich tatsächlich unter verteidigen können ja es kem schützen für ich ist da komplett capable verteidigen aber es ist immer noch drei bis vier und immer beim maker ja und das ist natürlich der ausgleich stellt ja man könnte natürlich sagen der glückliche ausgleich man weiß aber auch nicht wie es nach dem 4 4 ausgesehen hätte aber die chancen wären gut gewesen dass baden wird wenn es 2 0 holt weil wir haben auch mal andere sachen erlebt ich mein münchen hat ja erst gestern gegen schluss hat gewonnen unterzahl oder porto gegen juventus spielern fußball jog ja das klasse dass das bietet irgendwie bei bundesländern an auch in bayern raus ist aber ja ich habe sie gerade aktien geöffnet wie geht mega erst mal schieß öffnen ja klemmels manns maria muschelchaos monta maria party was aber hier ist echt einfach zu merken als als einer der die switch immer auf englisch hat ja ist auch die einzige map die genauso heißt anyway wir haben das spiel jetzt baden-württemberg gegen hessen 1 1 in den grand finals was meinst du wirst wenn wir heute im break-up reset sehen das würde ich mal sagen werden wir mindestens zwei maps nötigen was rauszufinden vor allem weil da irgendwelche leute anfangen meine heroplast zu spielen mit hässlichem gier regel 1 die extra rüstung ist hässlich na gut ich glaube da frage ich mal lieber da frage ich lieber fallen aber ich glaube fallen würde dir da auch zustimmen keine ahnung es liegt einfach daran dass ich habe schon gespielt sogar den og inkling skin ja mit den tentakeln den langen takken die können einfach weil das nicht gut animiert ist durch die rüstung durch klatschen und das heißt was nichts ist einfach nur an kass einfach nur grafik bug aber der spiel nicht hinbekommen deswegen aber wobei das viel äh hässlich mit 5 oh mess wow okay interesting to push jetzt mit dem push mit der booyabomb aswell zündet die jetzt gegen schoko kriegt schoko ebenfalls endo pusht jetzt noch mal rein mit ein paar clamps master verabschiedet sich unter dem stack gerade sehr huge gerade endo verliert allerdings gegen wolf aber das wird es erst mal der push gewesen sein leider noch über 60 kinken klingt irgendwie so als würdest du gebannt sein von von 60 party kanal aber ja wir haben es ja eigentlich schon in der letzten zeit wieder hessen eigentlich schwächer auf cb aber der anfang war nicht wert von ihnen ist es wieder baden-württemberg am drücker drei daunen kenny ist es eigentlich relativ sicher zum score und jetzt war der letzte auch dauernde endo und jetzt tixi ist jetzt hier bei bei great versucht jetzt noch was zu machen 62 lied ist taken schoko jetzt gerade unter unter elbau versuchten den ein oder anderen panisch hier zu kriegen mit dem splashdown des todes ich möchte anmerken er schlug bis gerade eben null kills hatte nur special ist gerade eben jetzt direkt auf vier kills und ein special gekommen ist props an den quad noch mal der pick und das ich mag die steuerung nicht bei klemmels ortig sie hält das tatsächlich noch auf tixi hält auch kerne auf und das ist wo jetzt erstmal last und immer noch über 60 ja aber dafür die zehn akutern zum beispiel was natürlich doch ich sie besser als holen muss gott haben ja und deshalb lasst er da steht glaube ich anderes basta jetzt ein bisschen höher das war ein sehr starker sniper gerade von tixi allgemein jetzt die versuchen jetzt natürlich ein bisschen mehr kontrol hier über die mitte zu haben die haben natürlich mega gut wifi gerade gekriegt das heißt eigentlich rein theoretisch wenn sie das wieder so weit machen jetzt ist es eine 2 gegen 4 situation jetzt können sie eigentlich wieder rein pushen booyabomb kommt auch noch mal rein kriegt auch noch mal ein pick tixi hier beziehungsweise endo hüftiger hat es gerade mit den bubbles und das ist jetzt auf jeden fall schon mal wieder die basket open und das ist auf jeden fall schon mal der lied tixi hat auch noch ein paar klemmes wird erwischt hier von choco und das wird glaube ich erstmal der push gewesen sein jetzt diesmal unter 60 so sehr auf 49 aber trotzdem reicht 1 plus 1 aus hier gerade für für bavu und dann gerade ultimativ viele clams auf einem stück gerade für wolf das ist absolut korrekt das sind drei oder drei situationen wieder jetzt versucht bahn mit merke einzukommen finden tixi verschwürst du das oder die ist oder die überlebte die ganze geschichte noch allerdings kann das nicht ganz abwenden die super klein geht da ebenfalls rein kenne zu gut auf jeden fall schon mal jeden auf dem plan hier und das ist schoko ohne probleme das geworden ist der cao es war da ist die 21 wieder hergestellt ja wenn der pack event wie gesagt 4 2 also alles offen noch hier stöhrwerft auf herrschaft wird bitte next stellhaft auf herrschaft ok da bin ich jetzt gerade los nie wir hatten alles andere herrschaft bisher das ist ja ich meine auch dass wir mal operation wolfisch auf herrschaft haben aber ok als plötzlich auf herrschaft ist ein wenig mehr doppelt sind kann und gibt es hat inkblatt auch doppelte modi meine jahre mit die ziel mit sie waren mit gucken die klemmlitz aber ich kann sagen wenn klemmlitz ist doch viel besser da schlägt mein herz wieder höher mal schauen 2 1 anführen jetzt spielen wir herrschaft auf bestörwerft danach werden wir definitiv noch mal turmkommando auf back für stadion sehen das haben wir auch sehr oft gesehen hier heute gerade beziehungsweise heute allgemein die map und modi er ist deutschen zones ich persönlich mag sie nicht es ist sehr einfach die zone zu halten vor allem wenn der gegner keinen backland hat weil du gehst einfach den gegnerischen snipe ja wenn nur bald ein try auf deinen snipe ist hast du ein problem das stimmt so here we go split zones auf störwerft mal sehen wie beide sich jetzt schlagen werden bauwühl momentan mit 2 1 anführen die helft der helft der helft der helft der nächste blotter jungen was macht das schon wieder nichts an diesmal kostet worden also mit mit den chat sonst nicht zählen wolf kämpft hier direkt auf der linken seite kennetzungen sagt vielleicht ja gegen 2 das will er nicht haben wolfschund down sep down ne hessendown also wolf down my bad oh master kann da tatsächlich noch entkommen mit der dynamo allerdings ist das jetzt auch schon mal die erste kontrolle für bauwühl und master droppt hier ein bisschen in die bombe rein hier die kenny wunderschön platziert hat gerade oh tixi auf den weg von kennetzungen booyabomb deploys das kann der cap werden das wird der cap werden ja ja ok ich dachte schon die zwei rechts jetzt oh da hat einer oh oh tixi mit dem sacrifice um schoko da zu picken oh der hat was ein bisschen zu lange gepennt hier gerade mit dem wunderschönen pound ich hier gerade also kriegt das auf jeden fall die booyabomb auf der linken seite die soll nicht allerdings nicht ganz painted jedoch mit dem pick hier gegen 2 fresh und das ist jetzt auf jeden fall schon mal eine 2 gegen 4 situation und Endor auf kennetzupick tickt point da ist Kenny gerade ein bisschen erkeistet gewesen aber kommt raus Bubbles ready, Armor ready gegen Inkjet ich würde sagen Bubbles Armor gewinnt Inkjet wird allerdings eine Bubble ging nach hinten natürlich in die falsche Richtung und dann es gibt das natürlich noch mal die Gelegenheit Schoko hier jetzt okay interesting Kerne hier oh da ist der Bubble Kill Wolf aber auf Endor und das gibt es langsam die Probleme wir müssen das mal langsam in Caps sehen sonst wird das ja ein bisschen kritisch werden Yep das meine ich halt mit es ist sehr schnell wieder zurückbekommen und das wird es gewesen sein es ist extrem beschäftigt so mal zurück zu kommen das ist championship point das ist championship point technically yes yes championship point hier jetzt für Bavu auf Turm Kommando auf Back für Stadion auch wieder eine sehr extreme defensive map wir sind immer dieselben maps dauernd immer und immer wieder das ist das das macht natürlich so einen kleinen Deja Vu Moment ne technically ja mal gucken es stand wir haben es es stand auch schon Bavu lag auch schon 3-1 in Win-Up-Wacket in Führung und Hessen hat dann trotzdem noch einen Punkt geholt das hat der nächste ganz knapp ganz knapp verloren also das muss wie gesagt nichts heißen aber wie gesagt beide Teams ohne richtige Backländer eigentlich wir können sehen Tixi kann Chargers spielen äh Schoko kann Chargers spielen und ja andere haben wir noch nicht gesehen auf dem Stream äh aber wie gesagt doppelte Buja ist jetzt schon hart gut für Gubi für Backfisch wie wir sie Hessen ist ready und Baden-Württemberg auch schon das ging relativ schnell hier hier go championship point für Bavu 3 gewinnen sie zum Kommando gewinnen sie alles ja ja und wir sind erstmal wieder ein Charger und wieder ein Blaster also keine Ahnung was Chris wieder getrunken hat er glaube ich zu viel Energy ist in Tuss also ich glaube Chris ist es es ist 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 es auf dem Punkt wo er einfach nur absolut boosted ist und irgendwelche Energie und ich glaube locker fünf Liter Energie drin hat irgendwie muss er wach bleiben oder es geht schon wach bleiben es spielt besser wenn Energy drin ist weil Koffein die Leistung erhöht soll ich auch mal probieren da ist Fun Fact es ist es bei CSGolans ist es verboten Xpasta zu trinken weil das zu viel Koffein hat und deswegen du dann gebannt wirst im Tourney Doping Test the more you know jedoch äh ja Hessen jetzt ein bisschen mehr Control natürlich äh Bavu mit den ersten Points hier gehabt Checkpoint 1 ist schon mal angeknackt Master ist jetzt wieder auf den Turm äh aber auch wieder zurück wegen dem Blaster wahrscheinlich oh TX-Ticket da und hier vom Blaster und das ist Master hier holt den nächsten Flick und jetzt ist die Oh das ist Wurf last und Wurf ist exposed und rein theoretisch würde jetzt die Bomb reichen aber Wurf kann sich da noch verteidigen aber too fresh punish das die ganze Geschichte hier noch jetzt gibt es nochmal äh Booyabomb hier also ich kann alles an angehende Support Mains sagen wenn ihr eine Wall sieht oder ein Tenshield haut einfach eine Bombe drauf die Chance dass irgendetwas stirbt ist nicht so gering wie man denkt oder am besten äh bei einem Tenshield äh hinter dem Tenshield werfen ja aber ich meine damit eher dass es halt manchmal Müslös gibt dass der Typ äh zu weit läuft oder äh irgendwas davor steht hättest du mal geschafft Double zu holen nur weil ich gegen den Kandaschild gewissen gewissen hab ja aber vor allem in der Wall einfach drauf ich nutz halt die Ball oh fresh neben drei kommt jetzt raus holt fast einen Pick muss in die Booyah und das ist sehr kritisch für ihn Verteidigt sich hier gerade noch Wählt auf jeden Fall die linke Seite für die Recovery die natürlich ähm Pro Bavu ist äh Wird hier jemand verknall Hallo Wolf Oh ok Kenny springt genau in den Tod Wie hat das denn Hä? ok Ja ja Kenny ist halt äh Oh da oben ist noch ein Kennest du Eigentlich musst du eigentlich kannst du das mit Ich glaub keiner zu spielen Basketball du magst Basketball oder so und das ist ja eine Basketball Match also eigentlich wieder Heimverteidiger für Baden-Württemberg Schlimm Wichtig immer diese Schiebungen Beschwerden an dem Map Pool bitte an die andere Oh Offizielle Beschwerden gerne an die E-Mail-Adresse Andromeda keine Ahnung was Oh Master hat hier gerade ein bisschen Probleme Tixi muss hier gerade ein bisschen raussprengen äh Tower has been taken äh von Bavu und allgemein Marcy hat Ultka gepusht gerade Auch wenn Bavu die aktive Mannschaft ist oder dieses aktive Team aktiver Picshult aktuell hat er noch Hessen die Führung Tixi wurde gerade gepickt mit Stingway in der Hand Das ist schlecht Aber da auch da Revengepick auf den Oh Huge Max da muss auf den Tower um den zurückzusetzen er will aber nicht Wolf macht den Fehler geht in die Buja und dann setzt er sich zurück Ja Wolf aber kann dort dadurch äh den Turm etwas sichern jetzt kommt noch mal Kenneth zu mit der Buja Bomb Wolf Du willst diesen Turm nicht auf dem Checkpoint 2 stehen haben ohne eine Person weil da kommst du nicht ran als Angreifer weil du musst über diese Left Side pushen wo du offen bist für alles Ja Wenn du den Tower auf dem zweiten Checkpoint pushst müssen alle Leute auf dem Tower schon sein bevor er hochfährt du kommst anders dann nicht ran und das war der Fehler das ist sicher der Lied auf Hessens Seite immer noch und wir haben noch Eindruck zu spielen obwohl es Ecken 10 close ist und Quad Special Spendie auf Seiten von Hessen Tixi jumped out der Plaster stirbt die Armour kommt auf Hessens Seite Die Bubbles kommen out Wir haben noch Sting und Buja Bomb im Sortiment und Tixi gerade davor sehr gefährlich gegen vor allem mit einem Blaster auf der gegnerischen Seite Na kommt Wolf Da ist Wolf gone Oh das ist die Junior Last Oh der wurde 10 aber die jumpt gerade noch raus Die Frage was machst du jetzt? Bleibst du defensive oder wirst du weiter pushen? Ich würde sagen defensive oder du hast Buja ready? Was? Nö Okay so viel zum Thema Du hast jetzt Sting ready Lass jetzt bitte nicht Keine Sorge ich glaube ich Ne Wegejumped ich glaube das wird Secure Das wird Secured oder? Ja sie muss die Fremd Das muss der Frühstück sein Das muss jetzt das Ja das ist jetzt schon am im Counter Der muss jetzt kommen Eventuell bis jetzt zu spät 55 Wird zurückgesetzt und das ist der Vibe Also beinahe hätte ich es gechanzt mit der Buja Bomb Warum geht da eh deine Buja Bomb hoch? Das hat doch auf dem Tower stehen Ah Das lustigste was ich gerade aktuell finde ist das einfach Also nichts gegen Portware Krum aber diese ganzen Portware Krum Spiele die im Chat hier sind die alle vier hessens sind obwohl im Baden-Württemberg Team auch einer von Portware Krum spielt Na gut Hatten du nicht gerade aktuelle Matches? Warte Ich wollte gerade sagen hatten wir nicht Steinkühler Krube schon aber nein hatten wir noch nicht Doch äh im letzten Match oder so Ja Jetzt haben wir es nochmal Was für falsch Tim Cookie ist eingetragen in dem Team Aber auch deinen Teammate Die Aussage von mir stimmt Operation Goldfisch Cookie ist aber eingetragen Ich hab ja gesagt dass er aktiv mitspielt Still ist er eingetragen Aber ja Bei Make-Up Fit Steinkühler Krube Waze Ich werde es sagen Waze Sting Waze Wir haben ja Tixi vorhin eine gesehen also ich denke mal dass er auch wieder darauf gehen wird Ich denke vielleicht auch wieder ein Charter bei äh Ein Charter bei Ähm Eventuell bei Schoko Oder Spielteller Rapid By the way Fun Fact Im Beta-Packet wird es ein Placket Im Beta-Packet gibt es ein Placket Reset NRW Nordrhein-Westfalen hat Niedersachsen Schrägstrich Bremen 4 zu 3 bezwungen Und die müssen deswegen in den Pracket Reset Ich bin ganz ehrlich ich hoffe irgendwie das passiert bei uns auch Weil das Match ist close Ja Ich hätte da gerne nochmal sieben Matches sehen Aber erstmal muss der Hessen gegen die nächsten beiden gewinnen Weil wenn ich nicht komplett lost bin Müssen wir nochmal an Muschelchaos vorbei Für ein Pracket Reset Ja Und Muschelchaos gegen ganz eindeutig an Bavu Ja wobei man muss ja sagen es ist halt Montemaria bei Hotel Neo 2 kann das natürlich ganz anders aussehen Bevor wir zu Hotel Bevor wir machen wollen beim Hotel Gehen wir erstmal wieder nach Nordrhein-Westfalen in die Min zurück Dieser Witz wird nicht alt Mir ist es sowas nicht egal Ja das kann ich schon sehen dass es dir nicht egal ist Genau ein Grund warum wir nicht ins Pracket Reset gehen sollten ist damit wir kein Mobile sehen müssen heute Perfekt dass du es noch nennst Andro Ab ins Match Wir sehen auch einen Sea Jet aber keine Way auf Seiten von Nordrhein-Westfalen Äh Nordrhein-Westfalen genau Wir sind in Nordrhein-Westfalen aber keine Way auf Seiten von Baden-Württemberg und der erste Dead Uuuuh Wurde direkt hier gepunisht Oh der nächste schon tot Alter Bavu hier gerade mit nem Tick das Ding und pusht rein Danke Bavu hier gerade mit nem sehr schlechtem Start hier gerade Musste ich grad ein bisschen fangen Tick sie hier komplett vorne hier gerade Der nächste wieder tot Aber allerdings mit nem Trade Und das Die wollen über die Leinen Die wollen über die Leinen kehren die das sehr schlecht misplaced Das war sehr lange drin Da kommt er noch raus Der nächste Down Master Survive the ground 44 Die sind tot 2 vs 2 weiterhin Tick sie will poppen Kann ich Hinten da ist einer Oh da ist jemand Da kommt jetzt noch mal Inkjet rein Und die Frage Die Frage ist ob man da rankommt Die Frage Sie müssen an den Raymaker ran Tick sie Setz sich hier schon mal nen nen Shark auf Sieht man nicht aber Tick sie hängt hinten rechts an der Box Kommt jetzt da hoch und will Die kann die nochmal picken Schafft es auch Wird dafür selber gepickt Kriegt es auch Mit dem Nachfassen 44 Und allein schon wieder nochmal ein Pick 3 gegen 2 Situation allgemein jetzt hier für Bavu Bavu konnte ich ein bisschen darüber lesen 44 ist zwar kein guter Push Da musst du nur gerade ausströmen Dann wirst du es schaffen irgendwann Die Frage ist Krieg's mal hin auch gerade aus zu strömen Der Jet holt schnell Way's raus Und apropos Way Die ist jetzt schon fertig nämlich jetzt Und die Way kommt jetzt Au Oh interesting Tick sie holt keine zu raus Und das ist der Vibe Obwohl sie schon schwach war Und das ist der Vibe Das ist der Vibe hier jetzt Für Hessen Hessen hier gerade Wirklich high way to bracket reset hier gerade Ich glaub die wollen Mary sehen Definitiv Die müssen sie wollen ja Mary sehen Weil sie gewinnen wollen Das ist richtig Allerdings kommt jetzt nochmal die Inkjet rein hier Von Schoko Kerni Tixi und Wolf machen da irgendeinen Tanz Keine Ahnung Teammate-Tanz Vielleicht haben sie irgendwas geübt dafür Aber Tixi geht es weg und holt erstmal kein Netzu Und Wolf Tixi gewinnt hier gegen Wolf gerade Und gegen Kerni Und das können jetzt auch wieder Punkte sein hier Macht der erst auf dem Push Wo ist Christ ist die Frage Da kommt die Buja die Painted mit Damit gibt es da nicht viele Punkte, aber ein paar Wolf wieder dead Und Schoko mit die Flank Schoko mit die Flank Gewinnt gegen Tixi Vibe Und das ist der Vibe Aber 21 Punkte Das Dafür muss man mindestens auf der Rampe Mindestens Da kannst du nicht mehr durchschwimmen Abatz Es ist Rainmaker Wir haben es gerade gesagt Wir hatten die Stil erlebt In Camp Schützenfisch Hier kann alles noch passieren Es ist offen Rainmaker ist vorbei Wenn der Mitriche sagt Es ist vorbei Richtig Oh Buja hier Kennezu hat tatsächlich noch gewartet Bis die Barrier Geplatzt wurde Verliert allerdings gegen Master Und das ist jetzt eine 3 gegen 3 Situation Mit sehr vielen Specials Hier auf Seiten von Bavu Jetzt kommt nochmal ein Buja-Bomb rein Hier von Wolf Geht tief rein Kriegt hier Wow Ganz knapp Bisschen zu früh gefreut Ganz knapp Bavi mit der Überzahl Aber das kommt die Way raus Und die haben halt nichts zum Countern Die haben nur doppelt Buja Aber Buja sind nicht ready Da ist auch jetzt schon Der Rainmaker down Solange Bavi keine Buja hat zum Countern Für die Stringway sehe ich da schwarz Die laufen gerade auch da vorne Amok Aber Dings für nichts gerade Kennen sie wird auch gepägt Die sind zu zweit da vorne Sharken Da laufen da aber keiner Ist ein Rainmaker Schön dass Wolf das Shark Und jetzt erstmal wahrscheinlich Jetzt Endor pickt Aber jetzt wissen sie wo sie sind Muss die Buja waschen Und stirbt hier Kann aber natürlich gegen die Zep noch holen Die Frage ist Was hat das gebracht? Ein gar nichts Die Way ist schon wieder ready Und die haben schon wieder keine Buja Und ja die haben auch wieder Dingsweise Hessen hat jetzt wieder Buja Eine Minute noch zu spielen Die holen hier gleich noch den Ausgleich Wenn es so wirklich so weiter geht Wolf wieder alleine auf Keine Ahnung Der einsame Wolf Ist kein Rudeltier Ist eigentlich schon aber egal Zumindest Wolfe Oh 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 Der Tixi wurde gedownt hier gerade Wahrscheinlich von Kenny zu Und 35 Sekunden 35 Sekunden Für 21 Punkte Und die Way ist wieder ready Und wieder ist keine Buja ready Also fast aber nicht ready Und der 80er stirbt auch noch jetzt mit der Buja Sie halten die Way Das ist wichtig Jetzt kommt sie raus Wenn nur zwei am Leben sind Und Kenny schwimmt halt jetzt genau Die Way muss weg Die Way muss weg Die Way muss weg Das ist Lins Das ist der Buja Und das ist Chaos Well Bavu Sagt sich einfach so Nob Wir Kümmern uns Überhaupt nicht darum Ich habe jetzt erst gemerkt Dass ich die falsche Farbe ausgewählt habe Aber das ist der Win für Bavu Und das ist die Championship Beziehungsweise Baden-Württemberg Ist der Meister der Bundesländer Und Kenny hat vergessen Deutsch zu sprechen Mega Wow Das War anders Intens Ich glaube wir sagen Heute Also eventuell Gestern der Tag war eventuell Langweiliger Ich werde mal behaupten Er war langweiliger Das zu toppen Was wir heute gesehen haben Ist englisch schwer Klar ist es kein 4-3 Aber 4-2 Mit Matches Die back and forth waren Und das war Das war wirklich so ein Closes Game hier Bei Operation Gold Für Stein Aber hätte man vielleicht Damit argumentieren können Dass die Stingway Ein bisschen zu früh war Meiner Meinung nach Hätte man rausjumpen sollen Und dann so von hinten Zu picken Weil dann wärst du halt safe gewesen Zu früh würde ich Deswegen sagen Weil es waren doch nur noch zwei Am Leben Musst du sagen Aber ich wäre erst mal Rausgejumped Ich habe nicht ganz gesehen Wo die Welt geused wurde aber Wenn sie nicht hinten Im Spawn war Weil sie wurde ja gepickt Und sie hatten keine Booyah Ready Also muss es an einem Close-Combage halt lagen Ich wäre erst mal rausgekommen Hätte sie hinten im Spawn genutzt Und nicht vorne Weil das war halt Die Chance dann zu picken Aber Aber Technisch gesehen So ist dann jetzt Matches werden teilweise auch Individuelle Fehler entschieden Wir haben es ja auch im Winner-Packet gesehen Ich glaub das war Wolf und Kanetsu Dass die da vorne irgendwie Amok laufen Ne, dass sie ihre Booyahs benutzen Auf TC Dass die reinwaschen Und ihre Sterben dann in TC Wallet Aber dann halt nichts machen können Weil die Die keine Booyahs mehr hatten So Indeed indeed Erstmal Punkte abgeben Yes Aber das war wirklich Ein sehr intenses Match Von beiden Teams Auf jeden Fall Also auf jeden Fall Herzlichen Glückwunsch Hessen Für den zweiten Platz Aber GGs Auch an Alle Tees Und GGs To the GGs An Baden-Württemberg Für diesen Für diesen Win 4 zu 2 Wieder gegen Hessen Also das war letztes Mal Auch ein 4 gegen Äh 4 zu 2 Und jetzt wieder 4 zu 2 GGs Und Wir dürfen eine Sache nicht vergessen Schoko hat jetzt die Chance In zwei Wochen Den Triple Off-Season Sieg Fertig zu machen Intormor gewonnen Im Wall gewonnen Noch keiner Und noch niemand hat alle 3 Off-Season Turniere Von jedem Letztes Mal hat Tamako geschafft In Salmon Run zu gewinnen Und in den Pokal Aber nicht im Stratfest Tourney Und jetzt hat Schoko die Chance Im DSP Als Titelverteidiger Geht da beide wer ran In den DSP Wenn er spielen wird Äh Da ist ein Triple Sieg fertig zu machen Der Off-Season Uh Das wird Das wird auch Extremst spannend hier Ja Bavu Bavu Meister Der Bundesländer Deine Kommentare dazu Glacey Ich würde sagen Vor dem Tourney War es Unter anderem Favorit Strongest Lineup Auch wenn es Der Backlinder gefehlt hat Also von den individuellen Skills der Player Es wären bessere Teams Machbar gewesen Aus Nordrhein-Westfalen Aus Berlin zum Beispiel Oder sonstigen Bundesländern Wenn die Spieler A keine Zeit haben Oder B keine Motivation haben Äh Kann man da nichts machen Heimappor sagt gerade Das Nachbarministerin ist Sieger Da siehst du das absolut Wind Das hättest du aber auch glaube ich schon Sagen können Vor dem Grand Final Äh Ja Ich würde sagen Wir raiden noch weiter Weil es ist immer noch 22.40 Uhr Morgen ist Montag Ähm Frage ist ob wir Deutsch raiden Oder Englisch Bei Englisch gibt es gerade Anscheinend irgendwas Mit E-Sports Keine Ahnung Gibt es da irgendwas Großartiges Da ist irgendein Pro Playoff Finals Von VTP E-Sports Ah Squidding Good Das klingt doch gut Es ist Mir hinhaltet den Namen Good Also von daher Es muss immer gut sein Du kennst Squidding Good Ist ganz für das Team gewesen Äh Beta Bracket spielt glaube ich noch Aber wir haben glaube ich Kein Stream geplant Für Beta Bracket Und die sind glaube ich Die sind glaube ich schon Unlucky Die sind glaube ich schon Die sind sehr weit auch schon Im Ding drin Ja Dann äh Boah die schreiben grad Wo? Es gab es ja grad einen Disconnect Und jetzt gehen die auf ein 3 versus 3 Ich frage mal nur kurz nach dem Score Um mal einen Zwischenstand zu liefern Äh Okay Zu weit 1-0 Aber gut Niedersachsen führt 1-0 Aber trotzdem Es ist kein Team für das Beta Bracket geplant Auch weil es wie gesagt Sonntag ist Und wir fertig machen wollen Ja Ich meine wir hatten glaube genug Action heute Definitiv Ich bin ich bin auch Ich bin auch äh Fertig für heute Muss ich ganz ehrlich sagen Man darf ja nicht vergessen Wir waren heute nur 3 Kommentatoren Und wir haben halt Basis gesehen bei Alle 4 Stunden kommentiert Weil wir ja 6-12 Stunden hatten 6 x 2 sind 12 durch 3 sind 4 Yep Joa Joa Äh Ich hab nichts Großartiges zu sagen Ich würde sagen Ich mach den Wait fertig Joa Wir gehen in den Endscreen Joa Und dann dateflash in 2 Wochen des DSP Also Ich würde sagen Kommt ab Joa